Warum wird die Iniziativa der Piavel abgeschrieben, um den Salarien zu verabschieden, um den Kapital zu verabschieden? In Schweiz haben alle Personen die Talen und nur die Enträge. Die Enträge werden unterdividend in den Salarien und die Enträge des Kapitales. Für die Konfedererung wählen die Enträge des Kapitales, zum Beispiel die Chines ohne Sparen, die Aufmerksamkeit, die Aktien und die Verkaufung des Pläne. Die Leute mit Enträgern höher sind, die Leute mit Enträgern höher sind. Mit den Enträgern finanzieren sie unterdividend soziale Leistungen, zum Beispiel die Verkaufung der Verkaufung. Sie wurden unterdividend in Iniziativa der Piavel, weil die Enträgern im Kapital wurden unterdividend von einem bestimmten Import in eine größere Hölle. Warum haben wir das? Wenn die Iniziativa wurde akzeptiert, die Payenins in der Schweiz wurden unterdividend von einem bestimmten Import in 5,5 Milliarden für die Enträgern im Kapital. Für fixieren die Hölle, kommen die Enträgern im Kapital, die überprüfen diesen Import in 5,5 Milliarden für die Enträgern im Kapital. Aber die Enträgern ins Kapital werden nun unterdividend von 1,5 Milliarden für die Enträgern im Kapital . veselte das Parlament die Qualität der Bank empfunden ist. Zum Beispiel, wenn sie die Tarhe des Personen mit mehr S- und mehr S- oder oder dass die supplementarien entdeckt werden für soziale Leistungen geschehen. Es gibt noch in den Argumenten der Adherenten und der Adherenten. Götter der Aktien versuchen, dass der Prozent der größten Rechte der Bevölkerung auf die Mehrjährigen. Die Mehrjährigen fehlen für die Zahl der Töccellen und Cells. Wenn die Bevölkerung arbeitet mit mehrjährigen und die Zahl der Töccellen in die Ökonomie, welche die größten Rechte der größten Rechte. Die Mehrjährigen fehlen in Italien nur für 80 Prozent der Kapitel entdeckt. Sie werden auch sehr favoriert in allen Kursen der Autos. Wer sind die Argumenten der Adherenten und der Adherenten? In vergleichen mit Autos, haben die Entdeckungen in Schweiz verwendet, in einer Art und Weise einigermaßen. Sie finden nicht mehr als eine Art und Weise. In der Imposanz der Töccellen von den Entdeckungen der Kapitel nicht mehr ist. Insofern war es arbeiten für die Kapitel. In der Imposanz der Töccellen von den Entdeckungen der Kapitel reduziert die Motivation zu machen. Die Mehrwerten und die Mehrwerten, die Mehrwerten in Unternehmen in Unternehmen, in der Initiative der Piavel, die Stärken im Salar, in der Töccellen, in der Töccellen, in der Kapitel, werden wir akzeptiert, können Sie gehen. Wenn Sie wollen, dass Sie es nicht verabschieden, können Sie gehen. bei der Zügel planten beherent, auf die Zügel planten. bei der Zügel planten sind Es gibt hier eine Art und Weise Wir sind unglaublich. Dezhen. Die Zügel.